Nimm mal auch Ragnarök. Malte? Alter. Ich schwöre mich mal wieder doppelt. Alter. Oh geil. Malte auf Winn würde ich sagen, ne? Wohin? Sorry geht er immer. Digga, ich höre mich so doppelt, was ist los? Ich fliege hier wieder auf Vollung, Alter. So. Diese Hängegleiter, ne? Malte, ich feiere diesen Playstation plus Hängegleiter ein bisschen. Malte, ich verstehe dich nicht. Ja, ich verstehe dich nicht und ich bin ein bisschen abseits gelandet. Ich kam nicht weiter. Ja, ich komme, warte, ich hole eben Scheiße. Digga, ich bin richtig scheiße geflogen. Aber ich habe die neue Scar. Bruh. Warte, ich gehe drauf. Als ob der nicht gepick-extert hat. Ja, ich hatte 6. Und so, ja, ja, das habe ich mitbekommen. Und so, ja, ich habe mich mit dem Pumple, der ist gestorben, auch gefühlt worden, und dann am Pumple, und ich bin jetzt abhängig, dann will alle, ne, welche Nachhabe müssen. Hm. Ja, er freut sich jetzt bestimmt richtig, weil er seinen ersten Pickaxe-Kill gemacht hat. Digga, was ist hier für Loot, bitte? Direkt in sein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war richtig set live. Digga, ich check gerade gar nichts, Mann. Warum hat der Metz? Nein, muss los, Bruder. Ich kann jetzt schon direkt wieder beenden. Ich nehme lieber auf, weil Qualität ist gerade komplett scheiße.